Bei mir im Studio begrüße ich nun General AD und den Historiker Klaus Wittmann. Guten Morgen, Herr Wittmann. Morgen, Herr Hedler. Dieser Abhörskandal, welche Brisanz sehen Sie darin? Keine sehr große. Und ich betrachte das auch nicht als einen Skandal. Dass solche Gespräche stattfinden, ist völlig normal. Dass sie abgehört werden, die Gefahr besteht immer. Da muss man vorsichtig sein. Ich als derjenige, der gestern Abend einen großen Artikel in ihrer Zeitung veröffentlicht hat, Taurus Gegenargumente alle widerlegt, wäre beunruhigt, wenn in diesem Gespräch zum Ausdruck gekommen wäre, dass der Kanzler doch recht hat mit der Behauptung, dass deutsche Soldaten in der Ukraine dabei sein müssten. Und gerade das ist nicht der Fall. Also sollten wir uns dadurch, dass Moskau das erwartungsgemäß jetzt benutzt, um gegen die Lieferung von Taurus zu schießen, nicht zusätzlich einschüchtern lassen. Aber inhalt des Gesprächs soll es ja auch gewesen sein, dass die Luftwaffengenräle tatsächlich die Überlegung geäußert haben, dass der Taurus auch von ukrainischen Soldaten bedient werden könnte. Und der Kanzler argumentiert ja, das kann er eben nur von Deutschen. Und deshalb werden die Taurus nicht geliefert und keine deutschen Soldaten in die Ukraine abgesagt. Und damit hat, wie mit allen anderen Argumenten, die gegen die Taurus-Lieferung genannt worden sind, hauptsächlich aus Richtung der SPD, der Kanzler auch Unrecht. Es ist nicht notwendig, dass deutsche Soldaten in der Ukraine dafür eingesetzt werden. Genauso wie wir an der Artillerieschule, an der Panzerhaubitze ausbilden, kann in Deutschland ukrainisches Bedienerpersonal an den Taurus ausgebildet werden. Und wenn wir dann immer noch Berührungsängste haben mit der Bundeswehr, dann kann das sogar industrieseitig gemacht werden. Und dann können die in der Ukraine selber alles bewirken, alles anwenden, was zur Bedienung dieser Taurus nötig ist. Und dass hier möglicherweise auch die Kerzbrücke genannt wird in so einem Gespräch, finde ich auch völlig normal. Denn der Sinn der von so vielen Experten und Politikern, selbst aus der Ampelkoalition, geforderten Lieferung von Taurus ist ja gerade hinter den russischen Linien, Nachschubwege, Befehlszentren und so weiter zu treffen, um die russische Führungsfähigkeit und Logistik erheblich zu beeinträchtigen. Vielen Dank.